Jetzt müssen wir auch nochmal zurück. Ich habe heute herausgefunden, dass man rennen kann. Ich wusste nicht, dass man rennen kann. Ich muss auch demnächst trinken, auch füllen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr zurückkehsehe. Ich bin aus meinem Weg. Was zu tun? Hier geht nichts. Mein turn. Ich dachte, du hattest mich? erledigt nur fünf angriffe oder nein es war nicht nur fünf angriffe stufe 17 und eine heiltraube ich bin die ganze zeit immer nur so gelaufen dabei kann ich rennen und ich wusste es nicht stundenlang wusste ich nicht dass ich rennen konnte stundenlang ein bisschen gemein und sie aber auch niemand sagt wer soll es das denn wissen so alle gehalt speichern vorsichtshalber hier nochmal 11 stunden insgesamt 11 stunden gespielt mindestens zehn stunden davon wusste ich nicht dass ich rennen kann das gibt es nur hier die haben das auch nicht gesagt es ist ja das als ob sie es auch nicht gewusst hätten wir stehen jetzt furcht was was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin nicht ich bin ich bin ich bin Und am Ende ist so die richtig miesen Attacken rausgehauen. Haben wir noch? Wut? Kaputt. Kaputt. Ja. Ich weiß noch nicht, warum ich es nicht einmal ausprobiert habe. Aber ich muss noch mal in den Videos nachschauen, ob ich es überhaupt ausprobiert habe. Oder ob ich einfach die ganze Zeit rumgerannt bin. Das wäre zu lustig. Ob ich einfach schon die ganze Zeit rumgerannt bin. Ich muss schon sagen, bisher mache ich es ja nicht schlecht, weil ich habe jetzt noch nicht einmal und den Boss zweimal versucht zu beziehen. Sondern habe es immer gleich beim ersten Mal geschafft. Aber beim letzten war ich ein bisschen gedankenlos. Also es ist dann am Ende doch recht knapp geworden. Und wie die Liebe des Lebens. Und wie die Liebe des Lebens. Wenn man rennt. Wenn man rennt. Hier geht's! Was nächstes? Mein Turn. Ich mach das! Hier geht's! Komm her! Aus meinem Weg. Mein Turn. Okay. Oh. Hier. Oh. Letting my arrow fly in true. Bring it on. Letting the hunt begin. My turn. And that's that. And that's that. Tressa Stufe 11. Oh, da ist wieder die Katze. Und das Kat. Oho, Katze trägt an, anstatt zu rennen. 5%ige Chance. Katze natürlich nicht erwischt. Das ist die Katze, hey. My turn now. Natürlich, jetzt rennt sie weg. 2%. Okay. Okay. Letting the hunt. All right. Letting the hunt be thy prey. Oh, you had me? It's my turn now. Letting my keep holding back. Here goes. Ha. To try again. Come on, I've got better things to do. Oh, she's still here. Große Schildy. Come on, if thou darest. Lightning. Done my beginning. Let's do this. Ich will herausfinden, was die Schwäche von der Schildkote ist. Ah. Man muss es ja irgendwann herausfinden. Oder eher gesagt, ich will es herausfinden. Wow. Wow. Letting the hunt beginneth. Here goes nothing. Cool. Das ist schon gemein. That'll do her. Das ist schon mal, das war der Schildkirrwegal. Das ist schon mal, das war der Schildkirrwegal. Letting my arrow for the end. Letting my arrow for the end. Das ist schon weg. Letting my arrow for the end. Letting my arrow for the end. I won't hold the last. Out of my way. Ich muss mich auf die hier konzentrieren. Over here. What next? Blah. Blah. Bring it on. What next? Yuck. Bring it on. What next? Coming. What to do? Bring it on. Die Schildkröte ist halt auch einfach so unzerstörbar. Jupp. Jetzt haben wir eine Riesenschildkröte. Muss da einfach sein jetzt. Ein neues Gebiet. Wir sollten uns mal ein bisschen heilen. Das garantiert eine Kiste. Sehr seltsame Schweine. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hmm. Hier geht's! What a nice friend! Hier geht nichts! Cool off! Let's see. Ich bin blind! Und die Ameise tot. Das wird trotzdem helfen. Ich bin echt viel. Okay. Okay. Weil hauptsächlich. Ne. Schon halt immer Wunder. Bring it on! Let's do this! Let's do this! Go, go, go! So. Don't start things you can't finish. Hand Stufe 19. Okay. 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 I will not be the prey. What to do? Coming. I... ... I will not be thy prey. What to do... Come in. I... Hier geht's! My turn! What next? Bring it on! Let's get down! Woah! Let's do this! I won't hold! Here goes nothing! Letting the hunt begin! My turn! Here I go! Let's do this! Coming! Let's do this! Let's do this! Here we go! Ha! Try again! Tyrion, Stufe 18 und Tressa, Stufe 12! Ha ha ha! You won't feel a thing! What next? What next? My turn! Let's do this! Alright! Letting my arrow fly in true! Here! Bring it on! My turn! My turn now! Missed me! Letting my arrow fly in true! Yeah! Yeah! Fart this! My turn now! Here we go! Alrighty! Ha ha! What next? Ach, hey, hey. Jetzt geht's nicht voran. Ist das ein bisschen? Okay, wenn man nicht gerade die ganze Zeit von irgendwelchen Viechern aufgehalten wird. Und erledigt. Das ist, was ich spreche. Trissa findet gerade irgendwie die ganze Zeit Geld. Sie hat immer wieder Trissa, das und das, so und so viel. Ist das belebt. Sieht halt auch echt hübsch aus. Hier kann man schlafen. Dann schlafen. Bis zum nächsten Mal.